Kontrolltürme geben Impulse ab, die Maschinen in der Nähe reparieren. So, als ich das letzte Mal hier war, also was heißt, ich habe mal kurz geguckt, welches Level meine Rüstung ist, vor ein paar Tagen, habe ich gesehen, ich habe vier Fertigkeitspunkte und ich habe mir auch schon rausgeguckt, was ich nehme. Ich werde jetzt erstmal das Schnellladen... Nein, den stillen Sprint. So. Weil ich ja gerne renne, wenn ich irgendwas habe. Ich werde jetzt erstmal den Baum hier voll machen und dann werden wir uns auf jeden Fall einen Schlag von unten noch holen, dass ich den Jägerbaum erstmal voll kriege. Was hat man eigentlich hier noch? Zielballons, ja, den muss ich dann auch holen. Oder muss ich die holen? Nö, ich kann doch das dann machen, ja. Genau. Also ich würde jetzt erstmal den leisen Sprint mir holen. Wir haben noch Rohstoffe. Krase, Herz. Einen Fertigkeitspunkt haben wir jetzt noch. Man kann ja jetzt im Ding schon hören, wie der Ton eigentlich ist. Wie ist er denn? Ich gucke mal kurz. Ja, er hört sich auf jeden Fall nicht so an, wie das letzte Mal. Besser. Habe ich voll? Kann ich zurzeit nicht nutzen? Nein. Genauso macht man es nicht, übrigens. So hat es Kronk beim ersten Mal auch gemacht. Ich kann nicht so gut vorbereitet sein. Ich kann nicht so gut vorbereitet sein. Eigentlich wollte ich die Mädels überbrücken, dass sie mir helfen. Können ja auch eigentlich kurz mal kurz neu starten. Weil das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Genau. So, und das ist immer wieder. Ich wollte eigentlich hier gucken. So. Jetzt holen wir uns die nochmal. Jetzt haben wir hier nämlich auch wieder Fallen. Die laufen gerade in die richtige Richtung, wo ich sie eigentlich auch haben will. So. Jetzt haben wir mal erst mal das ein. Und dann machen wir uns in die Richtung. Wo sind die beiden Süße? Da. So. Wo sind die Frage? Was ist das? Ich glaube da nicht so ganz. Mist, das klappt tatsächlich nicht. Okay. Nächste Herzer, das haben wir ja. Also hätte man die irgendwo hierhin sozusagen locken müssen, aber ja okay, das haben wir jetzt nicht gemacht. Na komm, ich möchte dich einsammeln. Hallo. Nö, das möchte nicht eingesammelt werden. Ja Moischen, warte mal ruhig. Wir machen hier heute ganz entspannt. Habe ich jetzt die Lohe bekommen? Mehr kann ich nicht tragen. Habe ich denn wieder so viel Lohe? Ja Moischen, warte mal ruhig. Ja Moischen, warte mal ruhig. So. Ich habe schon drauf gewartet. Hallo Kitty, na? Alles klar bei euch? Ja Moischen, ihr wollt ja auch gleich streamen, habe ich so mitbekommen. Da wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß beim Streamen nachher. Ja, ich bin gleich. Aber wie schön. Ja? Ja. Okay. Ja. Ja? Ja? Ja. Ja? 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 Ach so, ach so, ich dachte, weil du noch Kaffee, weil ihr noch Kaffee trinken wolltet, deswegen dachte ich, streamt ihr noch nicht? Aber dann streamt ihr ja schon, beziehungsweise spielt ihr noch nicht? Aber das ist doch schön, wenn ihr dann schon spielt, ja. Habt ihr denn noch jemanden gefunden, der noch mitspielt? Findet sich ja eigentlich immer jemand, oder? Ah, spielt da mit, schön. Schön, freut mich. Aber siehst du, ihr habt da noch jemanden gefunden. Ich statte hier gerade nebenbei die Brutstätte aus mit Fallen. Zwecks Donnerkiefer. Und ich glaube sogar, ich bin gleich reihrum. Ja. Ich bin gleich rein. Ah. Oder auch noch nicht. Ich dachte. Aber wo bin ich denn gekommen? Sind die gerade alle wieder weg? Oh ja. Die, die, äh, geht weg. Dann muss ich mich wohl jetzt mal beeilen. Nein. 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 Ja. 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 Aber da geht es? Ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich bin schon hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Ausweichrolle, mein bester Freund Die Ausweichrolle, mein bester Freund Die Ausweichrolle, mein bester Freund Der kommt jetzt gleich wieder Der kommt schon wieder Was möchtest du denn von mir? Ja, du bist so groß Ja, du bist so groß Ja, ja Der kommt schon wieder Wieso habe ich denn jetzt... Was? Seit wann... Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt Von wo kommt er denn? Er kommt Oh, er hat ein Brennfunk, scheiße Oh, fuck Komm, fix heilen, Alter, fix heilen Oh, er hat ein Brennfunk, scheiße Oh, er hat ein Brennfunk, scheiße Ja! Ich glaube, die Brandpfeile bringen ja echt nicht viel. Was machst du denn? Ey, ich weich aus die ganze Zeit! Ach, fuck! 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 Komm, weich doch mal, aussuch. Mist. Jetzt ist echt problematisch, weil wir haben keine Heiltränke mehr und nichts zum heilen. Wir haben keine Heiltränke mehr und nicht zum Heiltränke mehr. Ich habe den ja noch nicht mal zur Hälfte down. Ja, das war der erste Versuch, komm. Ja, das war der erste Versuch. Ja, okay, alles klar. Hm, das war der erste Versuch. Also nicht so viel. Ja, das war der erste Versuch.